Das Besondere an unserem Training ist, dass wir durch die Modularisierung in einzelne Bausteine einen hohen Grad an Individualisierung für die Teilnehmer geschaffen haben. Unser Ziel war es, dass man wissensstandabhängig in den Lernweg einsteigen kann. Wir haben E-Learnings, die Ort und Zeit unabhängig im eigenen Lerntempo eben durchgearbeitet werden können und der Präsenzteil anschließend vollumfänglich für praktische Übungen genutzt werden kann. Und trotzdem eben alle Vorgaben von der DGUV sichern, indem wir hier ein sehr intensives Praxestraining haben. Von Entwicklung über Produktion bis hin zu Werkstätten braucht jeder diese Qualifizierung, um überhaupt an Hochvoltsystemen arbeiten zu dürfen. In dem Training wird dem Teilnehmer theoretisches und praktisches Wissen vermittelt, welches er am Fahrzeug zur Anwendung bringen kann. Das bedeutet zum Beispiel eine zertifizierte Außerbetriebnahme, eine Freischaltung des Fahrzeuges, um weitere Tätigkeiten daran durchführen zu können. Zum Beispiel eine Isolationswiderstandsmessung oder aber auch eine Potenzialausgleichswiderstandsmessung. Kleine Gruppe, was super ist. Jeder kommt zum Zug, jeder wird gefragt, keiner wird quasi vergessen und man kann sich auch nicht durchmogeln. Das wird einfach jeder mit ins Boot genommen. Wir haben die Grundlagen von der Elektrotechnik aktuell gelernt. Was sind Kondensatoren, Dioden, Schaltpläne, wie funktionieren sie, wie sind sie aufgebaut, um das ganze Thema grundsätzlich erstmal von A zu lernen. Den meisten Spaß haben die Teilnehmer dann, wenn sie ihr theoretisch erlerntes Wissen in die Praxis umsetzen können. Zum Beispiel machen sie eine Fehlersuche am HV-System, können den Fehler identifizieren und vielleicht das defekte Bauteil direkt rauschen. Wie immer bin ich sehr angenehm von der ZF überrascht. Ich finde, das ist einfach am Zahn der Zeit. Das ist eine Mischung aus allem. Der Praxisteil genauso wie das E-Learning und der theoretische Teil. Die Lernmittel sind natürlich wie immer top. Alles rundum ein sehr schlüssiges Programm und das hat mich, ich fand es sehr zielführend. Die Nachfrage ist enorm. Wir haben sowohl von extern als auch intern eine extrem hohe Nachfrage. Mittlerweile fragen sogar Universitäten an, ob eben ihre Studenten bei uns die Qualifizierung schon vorab erlangen können, weil die Nachfrage so hoch ist. Ich finde es wegweisend. Ich bin froh, dass die ZF diesen Weg so tatkräftig beschreitet, dass ich Teil davon sein darf. Ich fand das sehr gut gemacht und gestaltet. Daher und da. Da. SESIEK DER